Sie nannten in der Pressekonferenz die deutsche Industrie den weltweiten Taktgeber. Ist Otto Bock nicht der Taktgeber in Deutschland und sogar weltweit? Also wir sind ja deutscher Weltmarktführer, deutscher Hidden Champion in der technischen Orthopädie, Technologieführer, Marktführer und ich habe gerade im Gespräch mit Bettina Wulff gesagt, wir haben ja mittlerweile so ein bisschen die Rolle des Apple-Images für die Orthopädie-Technik mit unseren Innovationen wie dem C-Brace, wie mit dem Genium-Wein-Prothesen-System, der Michelangelo-Hand. Und ja, so glaube ich, dass wir eben als Leitunternehmen auch die ganze Branche mit nach vorne entwickeln und Leipzig 2012 ist ein extrem gutes Beispiel. Welche Bedeutung haben die Paralympics 2012 für Ihr Unternehmen? Paralympics sind wie Formel 1 für uns, wie die Olympiade natürlich Highlight-Event in diesem Jahr. Wir unterstützen ja die Athleten bei den Paralympics seit einem Vierteljahrhundert mit unserem technischen Service, haben da in Seoul angefangen, hatten in Seoul die Paralympics gerade mal für acht Minuten ins Gesundheitsmagazin Praxis gekriegt, bei den letzten Sommerparalympics in Beijing, in China 80 Stunden Footage im deutschen Fernsehen. Und so sind die Paralympics Teil der Wahrnehmung geworden, mitten in der Gesellschaft. Und wir freuen uns auf Clean Sports in London und das wird ein herausragendes Erlebnis, wo wir wieder mit fast 70 Technikern aus über 20 Ländern der Welt eben die Sportler begleiten und den technischen Service durchführen für Ottobock-Produkte, wie aber auch für alle Wettbewerbsprodukte. Sie bekommen dieses Jahr prominente Unterstützung für die Paralympics 2012. Wer ist das? Bettina Wulff wird uns unterstützen, wird als Senior Management den Hospitality Service machen bei den Paralympics in London, wird uns in Sochi begleiten 2014 und in Rio de Janeiro 2016. Sie baut ja auf, auf Erfahrung im Hospitality-Bereich, im Bereich Unternehmenskommunikation, bei der TUI, bei Conti, bei Rossmann. Und ich freue mich total, dass wir ein kompetentes, charmantes und sympathisches Gesicht made in Niedersachsen, so wie wir auch, an Bord nehmen. Und wir haben eben ein ganz tolles Interview geführt. Und ich denke, Bettina Wulff wird eine charmante und kompetente Botschafterin für die Sache der Menschen mit Handicap. Untertitelung des ZDF für funk, 2017